Dieses zum Kauf angebotene gut gepflegte Mehrfamilienhaus befindet sich im Kreis Neuwied. Das 1969 erbaute Drei-Etagen-Haus wurde 2005 saniert. Für Wärme sorgt eine Gas-Zentral-Heizung. Das Haus verfügt über einen Keller sowie fünf Garagenparkplätze. Es hat fünf Schlafzimmer, drei Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 600 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 337 Quadratmetern auf. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 145.000 Euro. Wüstenrot Immobilien GmbH beantwortet gern Ihre Fragen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.